Herzlich willkommen, ich bin der Kostenoptimierer und ich möchte heute mit dir über das Thema Minimalismus reden. Was ist Minimalismus und wie ist meine Meinung dazu? Minimalismus gibt es schon sehr, sehr lange und das spiegelt sich zum Beispiel auch in der Kunst und in der Einfachheit in verschiedensten Dingen wieder. Und die meisten Minimalisten schauen einfach, dass sie bewusst konsumieren und sich Gedanken machen, was brauche ich wirklich und schauen halt, dass sie auch Sachen aussortieren, die sie einfach nicht brauchen, die sie nicht glücklich machen. Und dabei wird immer wieder auch hinterfragt, brauche ich das wirklich, muss ich das wirklich haben und tut es mir wirklich gut. Dabei wird auch immer wieder geschaut, dass man Sachen praktisch entrümpelt, dass man zum Beispiel den Kleiderschrank auch ausräumen guckt, braucht man es wirklich, teilweise werden auch Zettel rangehängt, wann habe ich das letzte Mal das benutzt und wenn es in Jahren nicht benutzt wird, wird es entweder verkauft, verschenkt oder weggeschmissen und man schaut einfach, dass man ein klares, freies Leben hat. Genau, dasselbe macht man auch mit Beziehungen von Menschen. Welche Menschen tun mir gut? Die meisten Minimalisten schauen einfach, dass sie auch wirklich Beziehungen führen, die ihnen gut tun oder auch mit Menschen und alles, was unnötig ist, aus ihrem Leben praktisch entfernen. Und damit wollen sie Freiheit und Glück schaffen und auch einen bewussten Umgang und sich nicht ablenken von Konsumgütern oder irgendwie das Glück im Konsum oder sich zu definieren darüber, sondern mehr auf sich selbst einfach zu schauen. Das ist eben, wie ich Minimalismus definiere bzw. auch kennengelernt habe. Ja, was ist meine Meinung dazu? Also ich finde es sehr gut, wenn man umweltbewusst handelt, dass man schaut, dass man einfach Sachen erhält und nicht einfach austauscht, was die meisten Minimalisten machen. Ebenso finde ich es sehr gut, dass man sich nicht gesellschaftlichen Zwängen einfach praktisch, ja, sich unterwirft. Und ich finde es auch gut, dass die meisten Minimalisten, wenn sie was kaufen, darauf achten, dass es eine gute Qualität hat und eben auch lange hält. Also man schaut wirklich bewusst, wie kann man ressourcenschonend arbeiten und wie kann man einfach wirklich gute Sachen, die man dann auch wirklich nutzt, ja, kaufen oder erhalten. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Also was ich so kritisch sehe, ist dann halt, wenn es dann so weit geht, dass man nur noch versucht, immer mehr auszusortieren, dass man sogar dann sagt, die Bilder an der Wand, die braucht man eigentlich nicht mehr. Oder vor allem eine Partnerschaft kann das problematisch werden, wenn der Partner sich da anpassen soll. Und da muss man halt schauen, dass man einen guten Kompromiss findet. Aber an sich finde ich minimalistisches Prinzip sehr gut. Und das macht einen auch viel freier. Und das ist ja auch das Prinzip, dass man einfach freier, klarer und aufgeräumter leben kann und sich nicht ablenkt mit Konsumgütern. Und das finde ich an sich eine gute Sache, wenn man das so ein bisschen in sein Leben zieht. Vielleicht muss man nicht minimalistisch leben, aber vielleicht so ein bisschen orientiert. Und ich mache mir sehr viele Gedanken, was brauche ich wirklich? Was bin ich bereit dafür zu zahlen? Bei Minimalisten ist halt der Unterschied, die achten nicht unbedingt, dieser Geldfaktor spielt da nicht so eine große Rolle, sondern es geht eher um den Minimalismus an sich. Und ja, das ist ja auch vollkommen okay. Jeder kann sein Leben führen, wie er möchte. Und ich selber schaue auch, dass ich ein paar Aspekte in mein Leben beziehe und eben mir Gedanken mache, was brauche ich wirklich? Muss ich das jetzt nur kaufen, weil es mir gefällt? Und ich selber bin auch so, dass ich Sachen bewusst kaufe und konsumiere. Aber ich habe auch ein bisschen meine Schwierigkeiten, wo ich vom Minimalismus noch was lernen kann, dass ich Sachen einfach mal aussortiere, die ich schon lange nicht mehr genutzt habe. Mir fällt es schwer, Sachen wegzugeben. Und wenn ich dafür auch kein Geld bekomme, ja, wo ich mal Geld ausgegeben habe in der Vergangenheit und gewisse Sachen hängen manchmal auch Erinnerungen dran, die man eigentlich, schaut man sich nicht oft an oder benutzt es nicht oft oder hat es manchmal auch ein Jahr lang nicht angesehen oder benutzt. Aber irgendwie, ja, wenn man es dann weg aussortiert, dann vermisst man es doch irgendwie. Das habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht. Und ja, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man es schafft, so frei zu leben von materiellen Dingen und ein erfülltes Leben hat. Deswegen finde ich meinen Minimalismus sehr gut. Und ich bin auch nicht der Fan von, dass man einfach wie wild konsumiert, sondern einfach ein bisschen bewusst schauen, was man tut. Ein bisschen schaut, dass man vielleicht auch Sachen, die man nicht mehr braucht, weggibt. Und was ja auch sehr spannend sein kann, dass man halt auch viel Wohnraum spart. Weil wie viele Leute haben ihren Schuppen, ihren Dachboden, ihren Keller, vielleicht sogar ihre ganzen Räume voll mit Sachen, die sie eigentlich gar nicht bräuchten. Und wenn man dann weniger Wohnraum braucht, zum Beispiel auch weniger Kosten hat und einfach weniger braucht, um glücklich zu sein und sich Gedanken macht, hey, brauche ich überhaupt das Auto? Und ich diffimiere mich nicht darüber. Über materielle Dinge, hey, guck mal, welche gute Jacke oder hey, welches Auto oder Haus. Sondern dass man sich einfach auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Und das finde ich eine richtig, richtig gute Sache. Ja, mich würde mal interessieren, wie ist deine Meinung zum Minimalismus? Lass mir gerne einen Kommentar dazu. Like gerne den Inhalt, wenn er dir gefallen hat. und abonniere alle meine Kanäle, damit du nichts verpasst. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste. Dein Kostenoptimierer.